Mit Britney Spears auf der Bühne stehen. Davon träumen nicht nur die Teenies, sondern scheinbar auch Nicole Ritchie. Wahr wurde ihr Traum am Dienstagabend bei Britney's Piece of Me Show in Las Vegas. Das 32-jährige It-Girl durfte bei dem Song Slave for You mit zu Britney ins Rampenlicht. Mehr als freiwillig ließ sie sich vor den kreischenden Menschenmassen in Ketten legen. Auf allen Vieren musste sie aber nicht lange bleiben, sondern durfte auch ihre Tanzkünste zeigen. Das beeindruckte Britney so nachhaltig, dass sie später twitterte Bitte einen Applaus für Nicole Ritchie, dafür, dass sie bei der heutigen Show mitgemacht hat. Nicole, du sahst verdammt heiß aus auf allen Vieren. Scheint also ganz so, als habe Britney endlich ihren persönlichen Slave for You gefunden.